Grüß euch Grüler, grüß euch Schüler. Heute haben wir nicht nur Premiere mit unseren Funk-Mikros. Voll cool. Sondern wir sind heute auch in St. Pölten. Und warum? Weil der Baumarkt, Tagebaumarkt, Nadlinger sich entschieden hat, Partner von uns zu werden mit unseren Feuertonnen. Und jetzt werden wir gleich reinschauen, der Raphael Wortschauer von uns und dann eben das erklären, wie das funktioniert. Kommt mit! So, einfach da her. Sehr gut. Ein paar, die ein bisschen die anderen Sachen andecken, ist immer gut. Sie bauen das da nicht an. Aber jetzt habe ich da in Raphael. Tada! Hallo! Der Mann der Abteilung. Und cool, dass wir das hier können. Ja, geredet und saß. Sehr cool. Jetzt habt ihr hier im April auf ein eigenes Flugblatt. Um was geht's da? Da geht's generell um das ganze Thema Grillen. Okay. Und das geht an so 80.000 Haushalte. Da sind wir dabei. Ja, ja. Haben Sie die Funk-Mikros schon ausgezahlt? Nein, spaß. Nein, sehr cool. Also, gibt's ab jetzt auch. Zusätzlich. Ja, ja. Jetzt, was wir mit Dieter ausgeräumt haben, liebe Grüße, auch einen QR-Code geben. Den könnt ihr auskennen, beziehungsweise schaut ihr das Video durch den QR-Code. Also, auch gleich einen Kanal abonnieren. Das ist natürlich für uns wichtig, weil dann seht ihr immer, was es Neues gibt und was man mit den Geräten machen kann. Die wird jetzt in Raphael und seinen Kollegen eine Einschulung geben. Und dann könnt ihr euch schon in Zukunft perfekt darüber informieren. Genau. Ich bin nicht klein. Ich bin auf das Beste reduziert. Gibt's da natürlich auch. Ja. 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 Ja.